Hallo ihr Lieben und Willkommen zu, ich guck mal gerade, es läuft, yeah, zu, 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 lol. Oh, ich bin Twisted Fate hier an der Hacken, ja, wa? Ähm, hab ich doch gar nicht gecheckt im Ladebildschirm. Hups. Ähm, Twisted Fate hasse ich ja persönlich hier, in dieser Konstellation. Warum, werden wir gleich sehen. Darum, der macht nämlich ein Damage. Für nichts. Oh, lol. Boots. Karten weg. Nehm deine Karten weg, ihr Lieben, ich wünsche euch schöne Tage. Vielleicht, bevor ich das vergesse. Ups. Der haut hier ganz schön raus, du. Der ist übelst aggressiv. Boah, wer kackt. Einmal ist mal wieder warm werden, ne? Das ist ja nicht jeder Tag das Gleiche, ist ja nicht gleich hier. Ups. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol, oh, lol. Oh, lol, oh, lol. Nicht getroffen. Auch nicht getroffen. Ja, komm noch mal an der Tower hier. Komm mal, komm mal her. Ja, ja. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ich muss hier noch ein bisschen mehr kriegen. Ah, verpasst. Was hat der? Der hat nur Heiltränk. Okay, dann hat er einen Skill-Bomb hat es ich genommen. Ich habe nämlich den Boot, den Donnerfüsten genommen. Na, nochmal eine blaue Karte. Ja, ja, ist okay. Ja, den krieg ich nachher. Ich habe keine Boahner. Wer hat Mana, ne? Wenn ich da jetzt aber ein... ...ein Q reinhauen könnte... ...hätte ich die ganze Sache schon so ein bisschen erledigt. Oh, lol. Natürlich fresse ich den. Den, den ich nicht fressen sollte, fresse ich. Ich habe aber Mana für eine Kombination. Eher nicht. Wo ist er denn? Na, da ist er. Na? Na, ich weiß nicht. Dass man Twisted Fate ist immer so... Der hat schon wieder so viel Leben auf einmal. Ressorte regenerieren. Muss mir halt nichts. Dann da doch noch heim zu gehen. Ah, ja. Ist okay. Ah, ich habe mal zur Sicherheit. Ich weiß nicht, was er da hinten hat. Entzünden hat er ja schon raus, aber... Ja. Ah, der weiß, dass er da ist. Hm, hm, hm. Ne. Ich bin mal safe back. Doch, ich bin mal back safe. Er hat eine schöne Miniwelle, die ihm entgegenkommt. Und... Ich bin da schon, was er von Damage macht. Er hat mehr AP als ich. Das ist komisch. Ach, bin ich du... Flamed mich. Komm, ihr dürft... Wieso ist das Hund eigentlich so leise? Wenn wir da... Ich muss doch... Vielleicht noch mal so. Das ist besser. Hör ich auch mehr? Das sieht doch nicht ganz so behemmelt aus. Hier sitzt ja auch eigentlich total... Oh, entspannt. Sieht auch da. Oh, ist der Stuhl groß. Ich sitze einfach wie so ein Schlabber-Dugel. Oh, Kling hat gewechselt mit dem... Also... Lol. LCS-Plays hier. So, hat er schon Glanz? Hat er schon. Und Schuhe. Nice. Der hat eine Konstanz. Da kann er sich nochmal umgucken. Irgendwie da runter. So, Tibbers. Na ja, na ja, komm mal. Gut. Warte, lacht. Ah, war knapp. Ja, 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 ja. Gelbe Karte. Hau ab. Du. Null. Ja, ja, komm, komm, komm. Gelbe Karte. Komm, 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 komm. Ringen Sie an, mein Freund. Er hat zu viel Leben zum Bursten, oder? Weiß nicht. 700 Leben. Jetzt hat er noch ein Level abbekommen. Jetzt hat er Level 7. Ja. Seht nicht tief zu ahead. 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 Loll. Ich krieg den nicht. Treff Ult. Ulult. Die ficken den. Die ficken den. Loll. Loll. War knapp. Aber. Das war's worth. Mh, 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 mh. Das ist der Fett hat ja schon Schuhe. Er hatte Glanz. Jetzt verreckt. Jetzt hat sie wieder kill. Oh, lol, 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 lol. Oh nein, nicht in Tower Range. Oh, schade. Timbers habe ich immer noch da? Oh, mal ab. Du, deine Mutter. Oh, deine Mutterwitze. Oh, deine Mutter. Hm. Wer hat denn den Jungle? Karma? Karma? O, schade. Ich schade. Oh, okay. Lol, da verliert der auf, ich hab den allein gegen den Outilus. What the fack? Sieh, wie gegen den Outilus? Ich meine, klar, der ist, denke ich, wie sau und nervt, aber... Oh, immer dieser letzte, der der da nochmal trifft. Sau ätzend. Da auf den Keks. Hat er auch? Er hat auch einen Trank noch. Trifft natürlich. Natürlich. Er wollte gar nicht hingehen. Der nächste Verbündete wurde getötet. Jo. What the fack? Wieso sind drei over top lane und werden gefickt von zwei? Wie schlecht sind die denn? Also mal ernsthaft. Das ist ja wirklich mad. Die Karma ist sogar da. Die Karma ist sogar da. Die ist sogar tot? Was? Das ist ja in Level 1 immer noch. Lol. Lol. Na, wir brauchen Teamfight mit Garen. Nice. Mit mir da so als Stunner und so. Stunner. Stunner klingt übelst gut. Ich hab grad das Wort. Ich bin ein Stunner, Baby. Lass mich dich umstunnen. Heute Nacht stunne ich dich. Stunny's love. Ich komm mal. Es tut mir leid. Thanks. Bleib mir zurück. Ach lol. Easy. 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 Das war Rengas Ulti. Die hab ich so noch nie gehört. Konzentration. Das war sein Ulti, oder? Das war doch seine Ulti, oder? Das war doch seine Ulti. Das war doch seine Ulti. Oh, da oben ist ein Wort. Naja, kann ja nur Karma sein. Aber wer weiß, was für Level die inzwischen hat. Die ist einmal gestorben? Oh, wer weiß. Vielleicht hat er jetzt Items wenigstens für das Gold. Lol. Die werden da echt noch gerettet von denen. Ich brauch Damage. Stab der Side, also das ist scheiße. Ich brauch Damage. Ich brauch Harten Damage. Tivis ist auch gleich wieder da. So geh ich mal in die Mitte. Eieieieiei. Eieieiei. Oh, Mensch. Ich wurde angespiegert. Ja, mal Ulti, mal Ulti, mal Ulti, mal Ulti. So. Ich hab ein bisschen Gold geholt. So. Ich hab ein bisschen Gold geholt. Karma Level 5. Ich bin Level 10. Wenn ich die Instant da hätte. Und jetzt noch gleich also einmal Items hole. Nice, nice, nice. Achso, ich hab kein Tibbers mehr. Ich bin sehr konzentriert erschraunlicherweise. 3-0-2. Aber ich muss das auch, weil ich der Einzige bin, der an deinem Team halbwegs fühlt. Soll ich mal. Rain hat 5 Kills. Mücke. Ich muss top gehen. In die Teamfights. Würde ich sagen. Oh. Tut das weh. Oh. 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 Bellити. 裡面. Es ist keiner da. Nur Renga, ne? Ja, er ist kurz gebotamen. Alles klar. Trash Alles klar, Nautilus Loll Oh, Loll Stimmt aber nicht Loll Minions, Alter Ihr wollt mich echt rollen Ton zerstört ist ja auch schon mal einiges wert Das muss ich aber lieber mal weg Ah, 100 Gold Naja, das liegt weg Jungs Ich wollte den Assist holen Deswegen ist alles, was ich mache Schon mal ein bisschen mit mehr AP verbunden 51 AP gratis Start bis Zeit, dass er es hulig mehr ist, wenn ich wirklich mehr Geld habe Gold Ich muss erstmal kill Oh, mehr kills 504, any free loot Mag man, mein Ich mag's Ich muss derain Ich muss derain Ich muss derain Loin, mach ich dann damage an dem Nauin, wo bist du? Idiot Mach mal nicht Gefeiert Gefeiert So so down oh ich habe kein Tivers geh weg da Lol, da reicht ja der Match nicht Jetzt hat er den First nicht so hart Ich hab's hier, da ist Easy Ich muss back Alter, ich bin grad so Und ich bin so Und ich bin auch wiederum so Ja, ja, komm, 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 mach Oh, start der Fight, Alter Ja, ich muss tanky, g-g-g-g-g werden Hätte ich früher machen sollen, wegen Zeit Blablabla, das Spiel geht eh noch lang genug Hoffentlich nicht Schauen wir mal Ähm 906 Ich weiß noch nicht, wann ich die Folge raushaue, falls es jetzt einer sieht Es liegt wahrscheinlich nahe, dass ich mir das am Weihnachten selbst ein Geschenk mache Verstehst du? Ach du Scheiße Scheiße Das sind alle so viel Das sind alle vier Äh, das ist 5k, aber ist nicht da Boah, hätte ich jetzt Tibbers Das sind alle so viel Komm raushaue, komm raushaue Komm her, Trish. Ah, nein. Roffel. Ehrlich? Alter. Ernst jetzt? Zwei gegen ein, Alter. Wäre ich dir mal gefolgt, dann wäre das nicht passiert. Dann wäre das auch in der Mitte nicht passiert. So, wir wollen Treppen. So, es ging um Weihnachten, oder Weihnachtstage, was er gesagt hat, um Treppen. Ich erzähle, stört ja keinen, reiner weiß ja eh, was ich meine. So, wir wollen Treppen. Fick's ja mal nicht. Der, der macht mir erstmal den Dings. So, sind viele down. Das wird sehr gemein. Fick die doch. Ich sterb am Waffe. Ich bin weg. Sieht der mich, sieht der mich, sieht der mich, sieht der mich, sieht der mich. Um null. Alter, das gucke ich mir in Zeitlupe an. Um null Komma. Jetzt gehe ich auf Magic Gesicht. Please save, guys. Please. Ich weiß. Vor allem Tresivir ist, ich weiß nicht. So ein bisschen Brain-Aftar habe ich das Gefühl, meinst du. Habe ich so, meinst du, meinst du, meinst du? Was macht die denn hier? Attack doch den Sp... Tresivir. Please really. Es ist so dumm. Man. Erst wenn die anderen kommen, wird es immer was. Die ist eben schon so instant gestorben. Was hatten die denn? Blutdürste? Eifer. Komm mal, Mann. Ah, ja. Down. 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 Hehehe Smite? Kein Smite Ja, ja, ich komm rum, ich komm rum Oh lol, ich hab nicht gesehen, dass ich da bin Shit Naja, ich bin weg Ich bin geslow, da brauche ich gar nicht hinterher eigentlich Wow, 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 wow Naja, bei Ihnen ist gut, ist gut, ist gut Boah, hab ich sogar noch zuerst geburstet Mann Sibiel Das ist so easy, die haben schon alles so gemeint Jetzt scrape die doch mal weg Oh du fröhliche Geht doch Du bist ein Drake Sie wird das Spiel verlassen High Ping Aber ich verstehe das nicht, wenn ich weiß, ich hab einen High Ping Oder ich hab ja vorher Probleme, ich check ja Oh, irgendwas läuft nicht Irgendwas Warum spielen die dann Der Gegner hat einen Turm zerstört Will ich zappt, aber nicht geil Dann kann ich ihn auch slowen Schneller ran und weg, dann wär geil So Das ist ein Wort Ne, das ist das Vieh Oh lol, 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 lol Oh learned a lot, oh learned a lot Tbre Na, Team Fight, ich komm hin Ja, ja, Teamfighter fehlt Trash. Okay, gut. Ich komm von oben. Ja, komm, komm. Easy. Easy, easy. Easy. Too easy. Ja, mach's mal jetzt, komm. So. Oh, ich bin hochkonzentriert. Fruchtagsgehalt, kein Prozent. Aha. Oh, wer den jetzt versteht, der möge sich schämen. Allein versteht, weil es so schlecht ist. Oh, oh. Oh. Civil, civil, civil. Nein, 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 nein. Ich bin gespannt, die Dinge, der da kommt. Siehst du, civil, civil stirbt. Da, wie du es machst. Die stirbt. So, komm mal her. What? Well, hier, weg mit dir. Wir brauchen keine Sicht nach hinten. So. Na, komm, 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 komm. So, ich möchte einen All-In haben. Oh, ho, 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 ho. Alter, der lauert die Lust. So, ich hab ihn stun ready. Oh, naja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, come. Klo-Set. Ludens hätte ich dann auch. So. So, hier ist ja kein Wort mehr. Schroffte er und... Ja. Hup, 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 hup. Ne. Boah. Ja, komm, komm, komm. Civil, nein. Bitte. Man soll vieles tun, aber nicht das. Nein, 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 nein. So. Will ich ihn jetzt nicht vergessen? Nein. Nein, ich bin im Turm. Ah, schreckt. Boah, Alter. 20, 14. 20, 14. Ich brauchte aber 20, 15. Das ist ja 2015. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Mein persönliches. Weihnachtsgeschenk. Mit viel und Annie. Gothic, Annie, Gothic, passt zu Weihnachten. Ach, schön, oder? Ja. Weihnachten gibt es ein paar Tage Läu-Pause. Erwähne ich schon. Schauen wir mal weiter, wa? Bis ich wieder da bin. Dann kommen auch wieder ein paar mehr Menschen. Wir sehen uns. Noch ein paar schöne, schöne Tage. Wohnt euch aus. Werd gesund. Bleibt gesund. Macht was draus. Feiert. Tut Macht. Drückt mal eure Liebsten. Kümmert euch um eure Liebsten. Und wir sehen uns dann. Wohnt euch um Gaunt. Das gehtS Lab. 5-Horisch. 2-Horisch. 3-Horisch.